Kann es passieren, dass ich vom ersten in den dritten schalte? Der erste ist da, der zweite ist da, der dritte ist da. Also ist es nicht möglich. Das ist immer einmal hoch, also bei Ihnen, beim Auto geht das, beim Bedrochert geht es, ich muss jeden Gang einzeln. Ich krieg den neutralen Gang nicht rein. Dann bist du wahrscheinlich im falschen Gang. Ich weiß nicht in welchem Gang ich bin, aber weiter runter geht nicht. Dann lass mal die Kupplung ganz langsam kommen, als wenn du anfahren willst. Dann fährst du sofort wieder und machst nochmal. Nein. Dann ist es so viel hoch, aber ja, das kann es meistens neutral sein. Den kriegt man manchmal schwer. Okay. Okay. Das ist bauartbedingend, bei denen gibt es so. Mhm. So, der erste Gang ist auf jeden Fall drin. Was soll ich denn machen? Aber merken, wenn du dann anfährst und auf einmal stehen bleibst, dann brauchst du nicht der erste. Zumindest wird mir kein neutraler Gang angezeigt, das ist doch schon mal was. Okay. Nein, jetzt bin ich glaube ich im Neutralen. Und dann drück drauf und... Oh nein, jetzt die Ampel. Alles gut, alles gut. Ganz ruhig. Dann wirst du wahrscheinlich jetzt rot haben. Ja. Aber dann war ich ja doch im neutralen Gang drinnen. Ich roll bloß mal ein Stück nach vorne. Mhm. Hi. Sie gucken mich ja alle ganz blöd an. Aber das ist mir egal tatsächlich. Weil bei mir steht Fahrschule drauf. Bei mir steht Fahrschule drauf. Ja. Ja. Vorsicht Fahrradfahrer. Ja. Vorsicht Fahrradfahrer. Ja. 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 und wieder abgesoffen. Ja. Dann wieder neu starten. Vorsichtig. Hier vorne ist sowieso ein Stopp schnitt. Und wieder abgesoffen. Ganz ruhig. Denkt an Schleifpunkt und ein bisschen Gas. Ich habe das Gefühl, dass ich im zweiten bin. Aber du hättest ihn erzeugen. Ich bin im 1. Der hat nicht ganz LynWasub toolbox eingyears renoviert. Würde du das nichtила? Nein, история nicht aller Fahr das war nicht. Tsch luôn, gut zu wenig. So, du wirst abbiegen. Huch, jetzt hätte ich fast gehoopt. Achso, hier wirst du hin. Okay. Achso, ich weiß, Entschuldige, ich wollte gerade in den zweiten Gang schalten. Das ist mir unaufwendig. Das mache ich. Achso, die Fußgänger beachten. Ja. Die stehen und dann hier eng rum, eng rum, so in dem Winkel hier aus, was du schieben hast. Jawohl. Dein Blinker ist noch an. Mach nicht mal lang an. Der geht von sauber aus. Achso. Kontrollblick, das Kleiner kommt.